hallo und herzlich willkommen hier auf meinem kanal hier ist wieder onkel nupsi und heute wieder mal in scam unterwegs ja freunde was ist los was ist geschehen ja das ist erst mal jetzt ein ganzer weil ja nicht geschehen stelle gerade fest dass unsere grenaturen aus sind ja alles klar also wir müssen erst mal alles auf tanken bevor wir zum eingemachten kommen dann muss man kleinen großen oder die jetzt dann aber drinnen der ist noch voll der scheint unneuge zu sein hier film schwupps die bauts ok hat man noch nicht voll doch naja dann los hier kam jung die kühlschränke wahrscheinlich auch aus der ist noch ein ok teil war noch teil nicht gut also weniger verbraucht als verdachten alles gut so essen trinken alles schick bei uns das ist toll wir machen jetzt folgendes wir dackeln erst warum sind hier die tür laufen geblieben sehr ungewöhnlich ja wir fahren mal rüber jetzt und machen kurz die polizeistation klar wir wollen gleich zur bank fahren und da würde ich schon der inzerne die kleine spende hier mitnehmen vorausgesetzt hier war noch keiner vorausgesetzt hier war noch keiner das sieht jetzt danach aus dass hier gerade jemand war wir machen die erste kiste mal von der wärmer zu wissen also wird man mit handschuhen hier drin das war doch der sieht mir so dick aus muss aber nicht drin ok 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 weiter in jüten tagen holst hier vier schrotzen raus klar kannst natürlich auch das trainieren aber das mache ich meistens nicht gehen nur einmal am tag du gehst du scheißteil so dort war die nummer 1 so war es eigentlich nicht geplant den rucksack ist immer nur eine sache ist sehr schnell immer wechseln das ding wegschmeißen und zack bumm ach jetzt hat die mobile eingepackt sein quatsch wollte gerne ja 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 gut das haben wir getan jetzt fahren wir noch schnell nach hause machen die verwertbar denn wir wollen sie nicht so kaputt verkaufen und dann und dann und dann ja 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 pass auf dann gehen wir verkaufen ja ich habe jetzt nicht die massen da aber ich will ja auch bloß was probieren und zwar werden wir heute in den goldhandel einsteigen das wird aber lustig wenn wir die hose packen wir hier wenn die handschuhe packen waren brauchen wir ja nicht machen wir uns den rucksack voll so achte die schon wieder nicht oder wird also die hat mir auf den keks hier muss alle zehn minuten die fernbedingungen wechseln so freunde wir sind beim händler angekommen das heißt wir fahren mal gleich rüber zu gut nicht so gut zum waffenländer er nimmt das meiste das ist alles waffenzeug ja was haben wir hier noch wirst du wirst gasmaske so mehr passt hier schon die rennen war ne das war schon erste runde ach so was haben wir denn in tasche wir haben jetzt 484 auf tasche bescheiden bescheiden ja so kommt dausend hast du dausender kinder sinnlose nachtsicht gerät ja wobei nachtsicht gerät müssen wir jetzt schon langsam vorsichtig sein war denn jetzt wo sich hier dunkler gemacht haben aber ich habe es noch zwei glaube ich gut trüppel die trüppel dieser nehmen wir nehmen wir nehmen wir den haben wir noch eine schrotze ups das ist ja schrotzig unter den klinkraum geld aber klein kram macht ja auch mist wenn man sich eine tüte nudeln holt oder so war die die mir für die nudeln preise da fällt ihr nicht zu einem mein unterhaus ist voll also mein geld dort meine gar nicht also falsch verstehe steckte gelte mal in die unterhose wollte dann geht das letzte was man so verliert die 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 hand das war zwar was können wir kriegen bei onkel gutes halt haben wir gleich wir werden davon paredet aus weg dürfen wir werden denn demnächst mal ein bunker gehen ich möchte endlich mal eine vernünftige waffe haben entweder für meine m1 laderahmen und alle so eine faxen und hat das gehört oder aber eine k eine k wäre mir natürlich noch lieber aber gut ist ja kein wunsch konzert habt ihr doch eben gesehen ich habe die gasmaske nein die paar piepen nehme ich noch mit jetzt ist so passiert heute doch erst hier sehen beim einsteigen beim einsteigen im auto hat ist enttet so für die drops lutscher unter euch wenn ihr ein karo macht und hab da so medizin scheiße drinne zum komplette z prägt auch 1600 ja nur mal so angemerkt die die schon länger spielen die haben ja sicherlich genug von dem zeug brauchen denn dich noch unbedingt einfach also elektrik serviert nimmt so viel platz weg und den 179 nicht so mein ding dann müsste er jetzt jetzt los wir nehmen unsere lumpen kacke siehst du und da geht ja nicht jetzt halt erst mal ein 19.000 072 zack noch eine transaktion es nein meine karten da kommen wir in die hätte gerne der heime code einreichen ok jetzt haben wir diese karte ach so ok gold kaufen also im moment steht der kurs noch bei 1000 sag mal drei ja so ist richtig jetzt ok ok so nun müssen wir die sache bloß noch beobachten und den kicker noch mal ist das schön ja freunde das soll es gewesen sein wir dackeln jetzt wieder nach hause ich hoffe euch hat's ein bisschen gefallen und ein däumchen wäre ein träumchen abos sind kostenlos also wer hier neues bitte mal die abo taste betätigen und und für alle die glocke natürlich damit ihr kein video verpasst ja jungs in diesem sinne sagt schön mit ö euer onkel nupsi ja jungs ja jungs ja jungs ja jungs ja jungs Untertitelung des ZDF, 2020